Der Accounting Summit ist für uns ein Jahreshighlight, eine gute Veranstaltung zum Netzwerken natürlich auf der einen Seite, zum anderen für uns eine Neukundenveranstaltung, um neue Kontakte zu machen. Funktioniert gut, wir sind jahrelang dabei, waren einer der ersten Aussteller mit dabei, also von daher sind wir sehr erfolgreich unterwegs hier. Sehr starker Fokus auf die Themen, die für uns relevant sind. Finance, Controlling, Buchhaltung, Spesen, da finden wir genau die richtigen Ansprechpartner. Der Accounting Summit ist einfach ein Event für mich, wo ich sehr, sehr tollen Austausch habe mit anderen Unternehmen, wo ich inspirierende Vorträge höre und mich auch mal ein bisschen tiefer mit den Anbietern hier austauschen kann. Diese Kombination, dieses Goldwerk. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, dass der Accounting der Zukunft eben sich immer weiterentwickelt, aber das selbstgetrieben und Offensein für Veränderungen. Und ich glaube, jeder, der im Finanzbereich arbeitet, kennt den Satz, ja mach mir schon immer so, das muss weg. Jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, auch in seinem Berufsleben sich geöffnet hat und sich auch interessiert dafür, was andere machen, der sollte immer versuchen, sein Netzwerk kritisch mit zu involvieren. Also ich glaube, wir können nur alle voneinander lernen. Zum Glück gibt es so eine Veranstaltung wie hier, um sich auszutauschen und Erfahrungsberichte und auch Ängste zu nehmen. Mir gefällt am Accounting Summit wirklich die breite Vielfalt an Themen, die hier überall angeboten werden. Also das ist von Reporting, Artificial Intelligence bis hin zu Audit, HR. Es ist sehr, sehr viel hier vertreten, wo man wirklich was mitnehmen kann. Den Accounting Summit unterscheidet von anderen, dass hier eigentlich die Leute sind die Entscheider und letztlich auch von den Anbietern wirklich ein kundes Potpourri ist. Das ist für mich immer so die Veranstaltung to be. Der Accounting Summit ist dieses Jahr definitiv noch mal eine Ecke größer geworden und es freut mich ungemein. Die Accounting Bubble trifft sich total gerne und die Netzwerke werden immer größer und das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.